Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weißt du, du brauchst keine Energie, wenn du nach oben oder unter gehst? Ähm, wenn man unsichtbar ist, meinst du? Ja Ah ja, okay Ich dachte, bei jeder Bewegung brauchte man zumindest ein bisschen Energie Ne Wer nimmt, wer ist? Ähm, wer ist denn gerade hier? Ja, ich glaube, ja Ich nehme jetzt das Arm Okay, gut Ich auch, jetzt Ah, ist gut Scheiße Ja, jetzt Jetzt Der Displacer Genau Ich habe disarmt Gut Levy Was für eine Enforcer angegriffen Ah Ah Wir sind ruhig Wir sind ruhig erf Snyk Und Das ist Der Der r Die Dronen sind auf der Weg. Wir müssen hier auf der Weg gehen. Wir sind hier in der Weg. Dissab. Dissab. Jetzt kommt aber noch mehr. Ja, echt. Also langsam müssen wir, glaube ich, hier weg, oder? Ja, vielleicht schon. So. So, disarm. Gut, danke. Oh, Schüsse weg. Ha. Dissab. Ja, ich habe gerade meinen Abstand ein bisschen vergrößert. So, ich springe jetzt mal zurück. Wir haben schon vier Level zurück, also wir sollten vielleicht mal mitnehmen. Übrigens, in Alpha haben wir gerade einen Angriff, das sollten wir vielleicht direkt mitnehmen. Ähm, ich hole mal kurz die mittlere Mine hier. Okay. Wir haben ja schon drei Level vor. Okay, also, ich hole mal, was. Ich hole mich. Ich hole mich. Ich hole mich. Der Land hat mich. Wir sind in der Tür. Drei Interessiert. Oh, ja, der stand da gerade so rum. Aber die wehren sich nicht wirklich, oder? Ne. Ich sehe die in. Die Strecke enthiert. Die Koffer-Town. Die Strecke enthiert. Die Strecke enthiert. Ja, ja. Tschüss. Ja, versuche ich dann nochmal zu springen. Oh, die graue Banane meint, wir sollen zu Gamma gehen. Ja. Oh, wie heißt hier? Enforcer und Raider hinter uns. Scheiße. Lässt den Raider aus. Hast du auch? Nee, ich mach's jetzt gleich. Hast du schon? Ah, ja. Okay. Ja. Oh, das wird knapp. Ja, doch nicht. Die Reaper. Das ist irgendwie zu einfach so. Ja. Ich geh nach Abgräben. Ach so. Ich bin schon zu enemy Base gesprungen. Ja. Kannst du auch machen. Ich komme. Die Displacer schiebt mich weg. Die Displacer schiebt mich weg. Du schiebt auch auf die Enforcer, oder? Ja. Du schiebt gerade. Ich überlebe das nicht. Gelernst du. Ach, Mann, oh. Ist mich doch einmal zerstört worden. Ah, ich auch. Ja, du weißt doch. Im Angriff nicht springen. Ja, ich war sowieso tot. Ja, ja. Ich wüsste nicht, dass der Reaper da war. Amts hatte ich vielleicht überlebt. Ja. Ich war halt der Erste, der wirklich angegriffen hat. Deswegen hab ich das zu viel abgekriegt. Wir haben erreicht. Wir haben erreicht. Die Fliege steigt auf. Die Gefängnisse sind aus. Ja, ich schaue. Siegel ist in der Kryptowährung. Nein, ich glaube, ich habe sie nicht. Schade. Ja. Okay, das war ein sehr kurzes Spiel. Es hat keine zwölf Minuten gedauert. Wir gehen links. Richtig? Natürlich. Wir wollen noch gewinnen. Ja. Ja, wir sind vier auf der linken Seite oder wie? Juhu. Ja. Ja, einer geht schon wieder. Endlich mal ein Heiler, der weiß, dass der Heavy leben muss. Nein, weiß ich es nicht. Ah. Dann weiß hier keiner. Oh, das ist ein Problem. Ja, vielleicht zwei Cloakers. Das kann natürlich sein, ja. Ah. Ah. Da ist jemand. Superlift ist gekommen. Ich habe ein neues Target. Bist du. Ober mir. Hast du schon einen gesehen? Noch einer. Noch einer ist gekommen. Der Executioner ist noch da. Ja. 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 Oh, wenn wir schießen, so weit komme ich nicht. Okay, Executioner, ne? Weil die Ghost geht glaube ich auf die Superlifter gerade. Wohl auch nicht. Da tut gar nichts. Dann doch Superlüfter. Gut. Ja. 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 Hinter dir? Ja. Ach ja, sehr schön. Ach ja, ist ja. Nahrungsgelegenheit, nicht überlegen. Unsere Alliäher haben unser Territory geflaschen. Entschuldige, die Dosis sind. Eure Neue sind hier. Beleidung. Gäste sind auf. Seine Schäden sind auf. Eure Schäden sind auf. Eure Schäden sind auf. Wohlfunk 3. Oh. 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 Ich bin auf dem Weg, ich wollte jetzt den Turbo reinschmeißen, aber ich kann gerade nicht, ich hab keine Energie dafür, so jetzt. Oh, zu spät. Naja, ich bin Level 0, was erwartest du? Bist du schon zurückgesprungen? Nee, du bist auch noch Level 0. Ja. Executioner ist hinter dir. Ja. Bist du weggekommen? Ja. Wen haben wir eigentlich in, ähm, Wetter im Moment? Overs hier und Executioner. Warum greift denn, oh, unser, äh, Executioner nicht rum? I have a new target. auf die ghost ja ist ein bisschen blöd ja ich meine dorf weg ist schon richtig die executioner kommt auch näher sehr schön aber unsere ghost ist auch ganz schön lebensmüller ist eigentlich gar nicht nötig superlifter die kann sogar ich angreifen ist jetzt disabled so zurückspringen und upgraden ja wir haben ein bette ein der ist weggesprungen anscheinend so online in 30 seconds so Ich kann nicht zuerst gehen. Ja, ne, ich hab nur geguckt, dass die Execution halbwegs voll ist, damit wir gemeinsam kommen können. Ja. Deswegen bin ich noch nicht gesprungen. Außerdem muss ich mich ja erstmal drehen, das dauert ja ein bisschen. Ja. So, Superlifter, das ist erledigt. Ähm, Execution ist über uns. Nicht mehr. Ja, okay. Ist da noch die Colossus, äh, Destroyer, manche. Ja. Gut. Geh mal zu Betta. Oh, hinter uns ist noch... Oh. Okay, hat sich erledigt. Ja, und wir haben miteinander eine Offiziere gewonnen. Ja. Es geht immer schneller, das Spiel, irgendwie. Waste of time. Ja, ja. Aber du hast selbst in der kurzen Zeit elf Support Points bekommen. Juhu. Also ich hab sogar einen gekriegt, ich weiß noch nicht wofür. Wegen das Superlifter, das du disabled hast. Achso, das kann sein, ja.